Musik Ich habe die neuen Welle jetzt, wenn ich schauen kann. Und unten hat es ein Buffet, wo man essen und trinken kann. Musik 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 Äh, ich verstehe das Wort. Ich verstehe das Wort. Ich verstehe das Wort. Wollst du nichts sagen? Nein. Was? Musik 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 Liebe Bike-Freunde, Herzlich laden wir euch ein zur Frühlingsausstellung vom 30. und 31. März. Kommt doch in verschiedene Zubehörsachen schauen, denn denkt daran, kluge Köpfe schützen Sie! Was gelingt die Bike-Phasen? Es gelingt die Bike-Phasen. Liebe Familie, kommen mit euren Kindern am 30. und 31. März 2019 zu unsere Bike-Phasen. Wir haben die neuesten und schönsten Sachen für euch und eure Liebsten im Lager. Kommt vorbei und schaut euch an. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich. Musik 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 Liebe Freunde, vorbeikommen, sehr glücklich ist es soweit. 31. März 2019 Wir laden euch ganz herzlich zu unserer Frühlingsausstellung ein. Kommt vorbei und schauen die neuen 19er Modelle an. Kommt sie auch fahren, Bratwurstkäse, etwas trinken. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich. Musik Musik Ja, liebe Zwerabbegeisterte auf Runden von Bike-Phasen. Gerne laden euch ein an unserer Frühlingsausstellung vom 30. und 31. März. Ihr werdet Neuheiten im Bereich E-Bike, Rennvelo, Bike, Kindervelo, pro Motorräder und Roller. Selbstverständlich ist unsere Hausband wieder anwesend. Ich sage euch, das wird wieder ein Knaller. Kommt vorbei, es würde mich freuen. Musik Musik Hey, die Öffkunde von Landfern. Kommt vorbei, März, 31. und 31. wird bei Quasen zur Runden Frühlingsausstellung. Bis dann. Musik Musik Liebe Zwerabbegeisterte Liebe Zwerabbeerns, gerne laden wir euch am 30. und 31. März zu unseren Bike-Klasen, unsere Ausstellung ein. Ihr könnt bei der Bratwurst und einem Bierchen die Neuheiten von 2019 anschauen. Es würde uns freuen. Liebe Bike-Klasen-Kunde, 30. und 31. März haben wir wieder unsere Frühlingsausstellung. Kommt vorbei, es gibt Bratwürste und etwas zu trinken. Bei unserem neuen 19. Modell von Töffel und Velo. Kommt rein schauen und die Bräume fahren. Bis bald. Musik 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 Wir würden uns sehr freuen, wenn wir am 30. oder 31. an unserer Frühlingsausstellung kommen, ein Bratwurst-Klasse aus dem neuen 19. Modell auszutesten. Musik 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 Musik